Hallo und herzlich willkommen zurück zu... äh, 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 Slender Woods. Genau, Slender Woods. Slender Woods. Wir haben hier das letzte Mal aufgehört in diesem Bunker. Okay, es wird gesaved. Das ist sehr schön und gut. Doch was müssen wir hier drin machen? Ich würde sagen, erstmal irgendwie... Ich muss nämlich erstmal das Leck schließen irgendwie. Oh, Alter, ich krieg hier gerade ein Herzkasper. Mein Hund ist gerade an mein Bein gekommen, Alter. Oh, Alter, Herzkasper pur. Krass. Okay. Oh, ja, klar. Mach die Taschenampfer auch noch aus. Oh. Oh. Eins, zwei, drei. Geht nicht. Ah, wir brauchen einen Code. Okay. Dann schauen wir uns mal nach dem Code um. Boah, krasse Geräusche, ey. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. I need to find a switch to open this. Mann, was muss ich immer alles finden hier. Ich geh mal jetzt schon auf den Krempel. Krempel, Sämpel, Ämpel. Juhu, wir sind mit dem Kreis gegangen. Ips hervorragend. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Okay. Boah, Alter, diese Steuerung. Manchmal hier mit dem Drehen und so. So ruckartig. Bisschen... Bisschen doof. Okay. Something's... Ist jetzt hier vielleicht hinten, die Tür, offen? Lalalala. Natürlich kann man nicht unendlich sprinten. Ah. Okay. Okay. Einfach nicht umdrehen. Ich weiß gar nicht... Oh, okay, es ist offen. Please remember the new quote for the doors. 5, 4, 2. Ich hab natürlich wieder kein Stift hier bei mir. Doch, hier, warte. 5, 4, 2. So, ist ja schnell aufgeschrieben. Alter, Alter, na. Okay, 5, 4, 2. Okay. Ich hab Angst. Lalalala. Was? Ich kann schon nicht mehr? Das waren 2 Meter, noch nicht mal. Ich will nicht mehr. Darf ich das? Alter, scheiße. Alter. Es ist kein Wunsch. Ich habe nachdenken all over den Tunnels, aber habe nicht gefunden. Ich habe nicht gefunden. Ich habe nur ein Wunsch. Ich habe eine Wunsch. Ich habe nur ein Wunsch. Was? 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 I am starting to see hallucinations. I think it looked like a tall Haman Bahien, but with strange deforming pants. It didn't move when I noticed it, but it disappeared as soon as I tried to come closer. After that I started to have some kind of head edge. Is this the thing which was following me in the forest? What's going on here? I'm feeling like I'm losing my mind. I have heard that there are a man in this area. Maybe I can find someone in there or the working phone. At least I don't feel safe anymore. No! Fuck! 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 Okay! Fuck! 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 What? It's not saved? Are you kidding me? What? Oh no! I feel like I'm getting sick! I feel like I'm getting sick! Hey, come on, do you want to trust me? I just want to trust him! I just want to trust him! Come on, you can trust me! Hey, come on, wait! I need to trust him! Irgendein beschissenes, schönes Haus. Das darf ja nicht allzu schwer sein. Ich meine, im Haus stehen doch... Im Haus. Nein! Was war das? Im Wald stehen doch nur Häuser rum. Alter, wenn ich dann erwischt, wir werden und nochmal alles machen muss. Das wäre übel bitter. Deswegen will ich jetzt eigentlich das Haus so schnell wie möglich finden. Oh, 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 mit Wasser, ganz nobel. Okay. Das war glaube ich nicht das Haus. Okay. Ja, jetzt kann ich ein Frame-Einbruch gebrauchen, natürlich. Das ist das Beste, was es gibt bis jetzt. Ich gehe mal nach Norden. Ah. Mein Haus, mein Haus, juhu, ich will rein. Das ist aber glaube ich nicht das Haus, das wir jetzt suchen sollen. Da ist nämlich immer noch das Gitter davor. Das bringt uns also gar nichts. In dem Brief stand bestimmt irgendwo ein Hinweis, wo das Haus jetzt stehen könnte. Nein! Ich will nicht die Taschenlampe ausmachen. Krass, ich bin echt angespannt, Leute. Ich bin echt übel angespannt. Wie gesagt, ein Frame-Einbruch ist jetzt das Beste hier. Nicht. Da, jetzt ist es wie vorbei. Wo ist denn dieses scheiß Haus? Alter, muss ich jetzt hier die ganze Gegend abgehen, nur um so ein... Abgehen. Nur um so ein blödes Haus zu finden. Was sonst wo stehen kann. Okay. Immer weiter, nicht umdrehen. Theoretisch kann nichts passieren, wenn man sich nicht umdreht. Theoretisch. Ja, ha, ha. Praktisch sieht das wieder ganz anders aus. Alter, jetzt. Jetzt. Null! Haus! Haus! Haus? Haus, 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 Haus. Haus, 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 Haus. Ja, ich komme rein. Und es wurde gespeichert. Und deswegen machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wenn ich, äh, weiterspiele. Ich danke schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.